Oh, jetzt hab ich alle beide. Ja, ich lass mich gerne mal treffen. Das ist Taktik. Okay. Wo komm ich denn jetzt an die überhaupt hin? Wo nur hin? Mit mir. Er kommt nicht mal da drüber. Das ist ja... Er ist mal in die Beine weggepackt. Das war ein erzgeschmiedete helle Barde. Okay, jetzt weiß ich, wo ich vielleicht bin. Ähm... Okay. Wahrscheinlich komm ich hier irgendwo her dann. Hm, sieben. Oder auch nicht. Was? Was ist hier los? Oh, Mann, Gott. Entschuldigung, dass ich eure Party hier störe. Wahnsinn. Jo, komm, stirb, du versessener Goblin. Schafe-Sichel. Sichel. Oh. Da ist auch noch was. Wo komm ich denn her? Wo will ich hin? Ah, ja. Da kam ich jetzt her, normalerweise. Ah, ja, genau. Das ist dieser komische Raum. Oder auch nicht. Ich gehe noch mal diesen Weg zurück. Mein Gott, das ist... Furchtbar. Ich will ja alles entdecken. Alles. Ausnahmslos. Da ist noch was. Und dem knell ich da. Das ist ein Zauberstab. Wie du bist stolz auf deinen Stab. Zauberstab. Gut, da kam ich her. Ah, ist auch noch ein Weg. Ich glaube, ich bin richtig. Verdammt. Okay. Ähm. Ähm, 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 ähm. Wee. Speed up. Schauen wir uns noch mal da nach hinten um. Ich denke, es ist richtig, weil wenn er was abspeichert, dann wird es ihm wohl wichtig sein. Ja? Ja. Äh, Dämon. Der Koraner, was bist du? Ich habe den schon gesehen, warum bin ich da nicht reingegangen? Was ist das? Ich könnte scheiße schreien. Ja. Ja schon, also. Ich habe, ja. Ja. Gleich ein Dämon, ja. Klar. Von dem haben wir am allermeisten Angst. Und da ist auch noch ein Magier da. Ein Magier. Hilfe. Da ist alles mitgenommen. Es geht. Ähm. Der hat sich hingesetzt gerade. Ha. Ha. Warum muss unbedingt so ein blöder Dämon jetzt gerade hinter mir sein? Okay. Bin ich denn schon bereit für ein Dämon? Ja. Schnell weg. Fuck. Oh. Ich liege am Boden. Ja. 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 Ist schon gut. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Oh. Nicht hier rein. Hier ist mein Tod. Ähm. Das ist auf. Der tickt hier aus. Beschissene Orte hast du den ausruhen können. Halt's Mail. Halt's Maul. Bitte. Stirb. Und du stirbst. Du hast ein paar Pfeile im Gesicht. Oh. Erledigt. Erledigt. Sieben. Ah. Ich bin im Kampf befindend. Ich befinde mich gerade hier im Kampf. Warum flüchte ich in diesen Raum? In diesem Raum gibt es nichts. Ah. Da waren doch diese blösen Dinger da. Bäh. Ha. Oh wei. Sauber. Wir haben einen Dämon erledigt. Na gut. Wir können nun einen Dämon erledigen. So gut sind wir nun. Ja. Die ist auch schön. Sind die Gräber. In Arcania konnte man damit was anfangen. Aber hier nix. Ah. Verstärkte. Was habe ich? Irgendwas Gutes auf ihm. Der legt sich schon wieder hin. Du. Nicht schlafen. Hör auf dich zu schützen. Dirp. Was haben wir hier? Aha. Die sind tot. Die haben sie umgebracht hier. Okay. Gut für mich. Schlecht für die. Lauter Gräber. Lauter, lauter Tote. Da fühle ich mich auch. Wie. Oh. Schau ich mal. Was habe ich denn bekommen? Das ist doch ein verstärkter Cousin. Der hat 100 Rüstung. Oder hat der mehr? 50 Mana. Okay. Nix wirkliches Wichtiges. Für mich. Finde ich. Da kommt schon noch was Besseres. Ich hoffe. Ich hoffe. Was bist du gewesen? Du bist ein Drache gewesen. Du bist ein Drache. Eindeutig. Ich weiß nicht, ob es hier Drachen gibt. In diesem Spiel. In Akania. Das war falsch. Acht. In Akania gab es keine Drachen. Aber in Gossip 3 gab es. Nein, nicht 3. Ähm. 2 gab es Drachen. Hier kam ich her. Okay. Ach ja, genau. Hier kam ich her. Und dann wollte ich hier durchgehen. Genau. Und dann wurde das Spiel hier abgespeichert. Genau. Oh, wir haben überlebt. Wir haben Dämonen besiegt. Schon das schon, das alleine, das ist schon durchwirkende Drosselwurz. Genau. Belias Essenz. Dieses Elixier greift nicht den Körper an, sondern den Geist. Die meisten Anwender verfallen nach wenigen Schlücken dem Wahnsinn. Doch sie erlangen im Gegenzug für kurze Zeit beinahe gottgleiche Kräfte. 200 Mana Regeneration und 35 Magiekraft. Tor. Wenn ich jetzt Magier wäre, würde ich jetzt, äh, Weihnachten schreien. Hm. Hello. Okay. Wo bin ich? Schaut so freundlich aus jetzt gerade. Moment. Wir haben viel Weg wieder. Ich geh nochmal ein süßes Stück. Die Fackel hier ist aus. Mensch. Es gibt zu viel Weg. Tut mir leid, dass ich euch überraschen muss. Hohohoho. Okay. Mal weg von der Matratze. Wir wollen ja nicht schlafen. Auch einfach hinterrücks in meinen Rücken reingerammt. Dieses Schwert, äh, oder die Axt. Jetzt muss ich gleich weg hier. Ha. Das mit den Zielen, das müssen wir noch üben. Gut. Die haben immer das Gleiche eigentlich. Ja, nicht die Strommatratze. Bloß nicht, weil dann steht er nur mal auf. Goblin trommeln. Nee. Kann ja nix damit anfangen. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Was haben wir? Ach Gott. Jetzt gehen wir trotzdem den anderen Weg kurz. Mal sehen, was es da so zu holen gibt. Ich sag's euch. Wenn's so viel Weg gibt, es ist einfach die Entscheidungen... Ha. Können nicht besser sein. Aha, da sind sie. Ich war schneller als ihr. Oh. Okay, ich muss hier weg. Ich seh's schon. Und ich kann auch weg. Wie ich wegkomm. Haha. Super schnell sogar. Blub. Ja, jetzt sind's weg. Wahnsinn. Jetzt bin ich wieder langsam. Da ist eine Kiste übrigens. Die hab ich jetzt vorhin gar nicht gesehen. Ushi, kiki. Aha. Aha. Okay. Oh, da ist auch noch eine. Göttlich elixierte Arcanenmacht. Aha. Gibt's hier nochmal eine Giste? Nein. Hm. Wahnsinn. Gut, bin wieder da. Das ist ein Riesenraum. Okay, jetzt mach ich mich mal wieder schneller. Ich muss die mal erledigen, weil die sind echt gemein. Und... Schlag, schlag, schlag. Ihr blöden Goblins. Ich verabscheue euch. Unheimlich. Hoppala. Ja. Da ist man gefangen hier. Ich glaub, dieser Kreis fließt sich irgendwo. Im Grunde, irgendwo geht's nicht mehr weiter und da müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wir sind zu schnell grad momentan dran. Ah, ihr habt's immer Geld und diese Fische, Stockfisch. Mehr haben die nicht. Ja. Wie komm ich jetzt da dran? Ach, der plötzliche Tod wieder. Das klingt toll. Was haben wir hier? Amulette der Heiligen Jagd. Aha, dann kann ich besser jagen. Schaut interessant aus. Aber okay. Das sind ja keine Jäger. Schauen wir mal, wenn's was Besseres gibt, rüste ich das aus. Aber momentan... Hm. Da ist wieder was für René. Grillhähnchen. Oh, ein ramponiertes etarifisches Schild. Bietet aber noch 80 Rüstung. Immer noch. Aus der Feder des Meisters die Kriegshaube des Kampfmagiers. Mhm. Und schauen wir uns dann hinterher an. Okay. Dann gibt's hier auch nochmal Weg. Hier eine kleine Höhle. Eine Havne aus Dauertrank. Und dann hier auch nochmal Höhle. Okay. Ach ja. Nee. Hä? Eine Havne aus Dauertrank. Dauertrank. Ein Diamanten. Ja, gut. Schön. Ha. Gut. Nee. Abgenutztes Spitzhacke. Du hast doch komisch geleuchtet. Drache, sag was. Okay, dann geh ich hier wieder zurück. Und wenn man uns hier was weitergibt. Immer noch Höhlen-Tour. Das ist Wahnsinn. Das hat ja auch Arcanio Cossack 4 nur aus Höhlen bestanden, das Spiel. Ja, ich glaube ich bin hier richtig. Ja, ich glaube ich bin hier richtig. Irgendwie. Ja, so viel Schaden machen die ja gar nicht. Super. So, ich sollte mal wieder ein bisschen Magie reinlegen. Machen wir mal hier 5. Machen wir das mal wieder. Das Truhe-Matratze. Truhe. Was? Magische Bandagen? 800. Wird ja immer besser. Und Smaragd. Okay, dann könnten wir mal vielleicht einen Helm herstellen. Wenn er besser ist als meiner. Das werden wir aber dann sehen. Ein bisschen dauert es noch. Ich möchte hier mal ein bisschen hier rauskommen aus dieser Kacke hier. Er stützt sich jetzt. Oh, der ist schon tot. Gut. Und jetzt bist du wieder dran. Okay. Alles weg, weg. Hm. Hm. Was haben wir hier? Nix. Was ist das? Ah, er legt sich doch hin. Steh auf. Okay, es funktioniert sogar. Was war denn das in der Kenia für ein Bug? Der ist da echt nicht mehr aufgestanden. Und der... Ja. Das ist toll, ne? Könnte ich den ganzen Spielzug nochmal machen. Ja, ja. Warum bin ich da... Ach. Freiheit. Ich seh's schon, draußen hier ist frische Luft. Wie komm ich jetzt zu euch hoch? Da will ich hin. Da gibt's nix. Da gibt's nix. Okay, dann war das der Hauptweg. Ja, sagt mir das doch einer. Also, wir sind draußen. Das schaffen wir noch. Gut. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's lang? Ich denke mal, wir gehen diesen Weg lang. Ich schaue zu nach aus. Kann mich noch erinnern. Ja, wir sind richtig. Ähm... Falsche ausgerüstet. Jetzt wisst ihr, warum, dass ich da nicht reingehen wollte. Aber wirklich nicht. Au, 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 au. Wieder mal wunderbar schnell. Jetzt verlaufe ich da vorn. Ah, es sind auch wirklich sehr viele jetzt wieder. Wow, 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 wow. Da geht's aber zu hier. Bin ich hier. Jetzt laufen mal alle weg. Komm, bitte. Lauft's mal da vorn. Tut's aber nicht. Mein Gott, wie viele mir da gefolgt sind. Wie viele gefolgt sind hier. Das sind ja alle. Einfach mal durchsmaschen, oder? Rollenspiel. Durchsmaschen. Ohne Ende. Ich hab genug Heiltränke. Keine Sorge. Ich hab da schon was vorbereitet. Bitte. Oh, da kann ich Zeit verkaufen. Oh, sehr schön. Das auch noch, bitte. Hm. Gut. Nur neun Gold, das ist nicht viel. Ich hab eh noch gar nichts ausgegeben hier in dem Spiel. Hä, ja. Stimmt. Und da käme ich, da falle ich dann runter. Okay. Dann ist hier Ausgang. Gehst du mal ein bisschen weg von der Kante da? Gut. Dann, Lord Bilgans Siegelring. 30 Lebensenergie. 3. Nehmen wir mal jetzt mit. Und schauen wir mal, dann können wir uns hinterher noch mal ein bisschen ausrüsten. Ja, ich hab noch mal ein bisschen weg von der Kante 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 der